Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück hier bei Metro 2033 auf dem Weg nach D6 zur unterirdischen Militärstation Russlands. Es gab eine Explosion in den Tunnel und viele Menschen wurden lebenslug. Die Räume hat es nicht, dass sie lebenslug, aber sie sind nicht mehr als Mensch. Sie sagen auch, dass etwas verrückt hat in diesen Tunnel, eine Art von Fog. Bullshit, Bro. Natürlich ist es. Blutmer hat all seine Familie in den Tunnels verloren. Und er erinnert nichts anderes, was passiert. Artyom? Was ist passiert? Artyom? Hey, Leute! Was ist mit Artyom? Eine weitere Vision, wie es aussieht. Während wir hier in den Tunnel unterwegs sind. Wir glauben und gehen. Okay, wir haben die Menschen und wir haben die Schwarzen. Wir folgen dem Schwarzen und kriegen Karma. Artyom! 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 Wir folgen quasi dem Glauben, dass sie nichts böses wollen. Wauw, Artyom! Wauw! Lied, er kommt auch. Du schaust das Licht weg. Du schaust ihn hier. Artyom? Bist du okay? Oh, du sollten uns eine Gefahr geben. Artyom, was war das? Kannst du aufstehen? Na komm Artyom Okay, eine verschlossene Tür Oh, okay Und wenn das mal nicht nach einem Ort für ein Gefecht aussieht. Okay, wir haben einen Flammenwerfer. Okay, Nosalis. Okay, eine Anomalie treibt die Monster zu uns. Ja, ich bin schon dran. Oh Mann. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sie in der Mitte festhalten. Komm. Komm schon. Ah, zurück. So weit, so gut. Das funktioniert momentan ganz gut, finde ich. Da kommt Anomalie. Oh mein Gott. Wir laden nach. Übrigens die Waffe aus dem Prolog. Okay, die Tür öffnet sich. Wenn das mal keine knappe Kiste war. Der gute alte Schlag. Ja, wir haben es geschafft. Oh, und wir haben unser Ziel wohl erreicht. Freunde, Freunde, Freunde. Wie das hier direkt anfängt. Cool, wir sind ein richtiger Ranger-Trupp hier. Okay, Leute. Das ist die Tür, die zu T6. Was ist das? Ja, das sehe ich auch. Er ist in der Mitte. Okay, geh an. Los geht's! Okay. Perfekt. Ja, Höhle oder... Der Chaos des Tunnels war hinter den Aero-Log-Gates. Sie sahen unverantwortlich. Und in dem Moment... So haben wir meine Freunde gemacht. Ja. Dungeon. Okay, geht ja schon mal. Wir müssen ganz schön nochmal ein paar Sachen durchsuchen. Filter. Munition. Leute, ich komme sofort. Wartet kurz. Okay, ganz taktisch hier. Einzigartige Atmosphäre. Okay, wir haben ein verschlossenes Tor. Okay. Das Tor öffnen. Dafür brauchen wir einige Schalter. Oh, das war's schon. Hier sind so viele Schalter und... Hä? Hat ich anders in Erinnerung. Hier müssten jetzt Kämpfe kommen. Ja. Ha! Das stimmt auch wieder. Die Pistole macht guten Schaden. Ich möchte keine Munition verschwenden. Das ist das Problem momentan. Okay. Oh, Carla. Ich kann nicht in so einer Umgebung finden. Es stöhnt so viel. Ich habe das Gefühl, zu schmerzen. Holmann, ich wünsche mir, dass du die schlechte Schöne verlierst, Splint. Hä? Oh, okay. Woa? Leute, mach bitte etwas. Ich möchte nicht noch eine Munition verbrauchen. Sch specimen Sie. Wir werden es machen. Sonst geht's aber noch, oder, meine Freunde? Das war ein Kopfschuss. Ich will kein Risiko eingehen. Aber ich liebe die Witze. Auch hier diese Szene, wie man mit dem Squat hier durchmarschiert. Sehr gelungen und sehr schön. Wir bleiben mal sehr defensiv. Unsere Munition würde es uns danken. Aber es ist schon viel. Ihr seht das, was wir verschießen, ist wirklich viel. Boah, wo kommt die denn jetzt alle her? Nein! Boris ist tot. Wir nehmen die Munition mit. Im Gedenken an ihn. Er hat Großes vollbracht. Höhle. Sehr schönes Kapitel. Ist das Spiel schön, Leute. Ich verstehe das nicht, warum wir keine Filter aufheben können, wenn ich ehrlich sein darf. Das sind doch Filter. Warum können wir die denn nicht nehmen? Wir haben nur sieben. Es geht nicht. Okay. Holman, check the pool. I always get the most interesting jobs, don't I? All clear. Let's move. Oh, Mann. Das wird noch was hier unten, Leute. Ich bleib mal bewusst auf dem Messer. Es funktioniert nicht so wirklich. Unsere Gasmaske. Das war so eine langen Spielzeit zum ersten Mal ein Bruch. Wir brauchen etwas anderes, etwas effizienteres. Man sieht gar nichts so. Ich weiß es, Leute. Ich will die Munition nicht verbrauchen, Leute. Es tut mir leid. Ah, meine Gasmaske. Aua. Boah, sind das viele. Heilige Schande. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich sterbe gerade. Ich bräuchte mal eine neue Gasmaske. Wir sind erstickt. Es darf doch nicht wahr sein. Das ist schön, dass sie... Unsere Gasmaske ist jetzt kaputt. Wir ersticken, weil... Was machen wir nächstes? Ah, okay. Ah, okay. Nein, nein, nein. Es gibt eine Passage. Es ist eine einzige Option. Wir gehen weiter. Oh, Mann. Der gleiche Kampf nochmal. Nein, du stirbst. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Leute, verteidigt euch. Hey, das ging... Das ging deutlich besser. Oh, ne, da kommen sie erst. Ey, was wollt ihr denn die ganze Zeit? Immer den Arm beißen hier. Warum hat er die Gasmaske abgezogen? Ich weiß es nicht. Uah, ne, ne, ne. War's das? Munition ist okay. Munition ist okay. Super. Stirbt da jemand? Nein. Puh. Okay, diesmal leben wir noch. Unsere Filter. Autsch. Drei. Äh. Hier macht mit sicher Sticke sonst. Darf ich die Gasmaske? Darf ich die Gasmaske? Nein. Ja, hier haben wir einen bösen Gegner. Der ziemlich feige ist. Wir haben andere Probleme. Filter. Filter. Ich brauche Filter. Ich brauche Filter. runter, 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 runter. Wir müssen uns beeilen, Leute. Wir laufen. Willkommen im Level-Abschnitt Höhle. Es ist eine Höhle, schlichtweg gesagt. Dürfen wir... Perfekt. Perfekt. Wir laufen, Leute. Ja. Verschwinde. Er hat Angst vor Licht. Oh Mann, wir haben es geschafft. Entschuldigung, Leute. Aber wir haben keine Filter. Wir mussten laufen. Wieder einer gestorben. Hey, Silenz. Was ist passiert? Ein Sound von Metano. Kannst du es hören? Was ist gekommen? Was ist gekommen? Und wow. Was ist das denn? Eine der alten Metro-Züge. Ja, ich aber auch. Ich glaube, es kommt nicht so häufig vor, dass hier noch Züge fahren. Einfach mal ein Metro-Zug. Und verdammt funktionstüchtig, wenn ihr mich fragt. Okay. Okay. Und zwar mit einem Fahrzeug, mit dem wir alle wohl nicht gerechnet haben. Oh Mann, Leute. Tut mir leid, tut mir durchlaufen jetzt am Ende, aber unsere Filter sind leer. Was sollen wir sonst machen? D6. Wir waren jetzt nahe zu D6. Es war schwer, zu glauben, dass wir das legendärische Kommand-Center gefunden haben. Aber war es so viele Leben wert? Soon wird es die Antwort geben. Ja, das werden wir tatsächlich bald wissen. Ihr wisst aber, was jetzt kommt, Leute. Ob wir wirklich D6 gefunden haben und wie es weitergeht hier in der Metro, erfahren wir allerdings erst beim nächsten Mal. Übermorgen geht es weiter hier mit Metro. Ich freue mich drauf. Schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.